hi leute heute für euch im test die gao senta das ist eine kleine zehn schuss batterie mit fontäne also folgt erst die fontäne und danach folgen die zehn schuss mit zerleger ja eine recht günstige batterie so circa um die 4 euro 50 und dafür finde ich sie wirklich recht gut viel spaß mit dem video ja 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 ja